Was geht Freunde der Außenwelt? Wir switchen Rewondt. Let's rock! Der deutsche Schlager boomt. Das wissen auch Manfred und seine Frau Monika. Ihr Künstlername Monika Angel. Wir sind Träumer, Träumer und wir singen. Stopp, warte mal kurz, Monika Angel. Also der Text war ja jetzt... Bei DSDS würde es sich gut ankommen. ...wollte dich von innen spüren und das die ganze Nacht. So, sing mal weiter. Ja, das... ja. Mit deinem wilden Blick hast du mich wild gemacht. So. Was? Erzählte nicht, Manfred? Mach mal geil. Wie meinst du? Mach mal geil, das hört sich falsch an. Leicht falsch an, nachdem man es im Text singen sollte. Mit geil singen. Mit deinem wilden Blick hast du mich... Nee, nee, warte, warte. Was war? Geil, also anstatt wild gemacht, geil gemacht. Aber nicht angegeilt singen. Ah, verstehe. Nicht angegeilt singen. Alter, was ist hier los? Wir sind noch nicht mal bei einer Minute. Tauschen. Ja. Mach mal. Hast du mich geil gemacht? Ja. Das ist... das fühl ich da... da passiert bei mir was. Manfred ist Ehemann und Manager zugleich. Aber ich muss sagen, äh, die Jacke ist... die Jacke ist bloß, ist ja egal, aber finde ich cool. Finde ich echt cool. Sicher, dass Monika Angel es bis ganz nach oben schaffen wird. Monika Angel ist ein Jahrhunderttalent. Mhm. Das ist also so, die weg mit ihren Texten... Vor allem mit diesen Ohrringen. Gefühle und Emotionen, sowas hast du im deutschen Schlager noch nicht gesehen. Zeig mal, was ich meine, Monika Angel. Im Wald vom Box der Hude... Das ist jetzt Mikrofon einfach immer dabei. Könnte ja sein, dass sie auf der Straße kurz singen soll. Äh, da haben wir es getan. So, und jetzt ist Monika Angel gerade ergriffen. Jetzt muss sie erst mal weinen. Jetzt muss sie... Man kennt es jetzt, muss sie erst mal weinen. Das hat sie auch manchmal während ihrer Auftritte. Da ist sie so ergriffen von ihren eigenen Texten, dass sie abbricht und erst mal weinen muss. Wie viele Auftritte hattet ihr bisher? Noch gar keinen. Hä, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Junge, ich wollte gerade sagen, du sollst auch mein Geld zurückverlangen. Zunehmenden Bekanntheit von Monika Angel wird auch der Alltag immer komplizierter. Also hier kommt der Hirstan in ihren Laden und der wird hier gerne mal einkaufen in Ruhe. Okay, äh, wer kommt denn? Das ist nämlich Monika Angel. Sagt mir jetzt gar nichts. In der Giovanni Zarella Show haben sie die vielleicht mal... Äh, nee, das habe ich geguckt, da war keine Monika, äh... Nee, da soll sie ja auch erst. Da hatte sie jetzt, diese Woche sind sie voll, aber... Die sind voll? Nächste Woche soll sie da ja ihren Hit, ne? Ah, okay, okay. Wie heißt der Song? Nee, den schreiben wir gerade erst noch. Ach so. Äh, äh... Das, das, das hinterlässt Eindrücke. Ja, dann, äh... Aber keine positiven. Aber ist was sehr Persönliches, wird das werden. Da wird wahrscheinlich, wird Monika Angel da auch weinen, wenn sie das performt. Ach ja. Oh Mann! Wenn sie jetzt kommt, bitte auch nicht nach einem Autogramm fragen, ne? Also sie wird einfach nur in Ruhe... Okay, ja, ja, kein Problem. Sie ist ja auch nur ein Mensch, ne? Absolut, absolut. Stars sind ja auch nur Menschen, ne? Ja, ja, das ist so, das, äh, das ist so, stimmt. Ich gehe ja persönlich auch nur noch ganz, ganz selten aus dem Haus, weil mir das einfach auch zu, zu anstrengend ist, ne? Also das mit dem... Weil es ja halt auch Monika Angel ist, ne? Da ist das ganz anstrengend. Ich bin halt ein Schlagerstar, und dann ist das, ähm... Das, genau. Das sind dann halt auch die Schattenseiten, ne? Sag ich mal, von Ruhm. Wenn du dann halt die neue Schlagerqueen bist, sind das die Schattenseiten, sag ich mal. Neue Schlagerqueen! Jetzt hör aber auf! Bitte nicht so gucken, das mag Monika Angel nicht so haben, wenn man so guckt. Gibt's das hier noch in einer anderen Größe? Das hier, gibt's das noch in einer anderen Größe? Äh, nein, nein, das ist nur das, was da... Aber das ist Monika Angel, ne? Ja, aber das, äh, das... Ich hab das nur noch in... Da wachsen die jetzt bestimmt gleich aus dem Boden in einer anderen Größe, weil es Monika Angel ist. XL hinten, also mehr hab ich nicht. So, toll gemacht. Jetzt weint Monika Angel wieder. Das, äh, das... Das war nicht so gemeint, also... 3XL, hab er gesagt, der Verkäufer wird verklagt. Und nett. Das ist halt Monika Angel. Die macht aus jeder Situation macht die einen Welthit. Also das negative Erlebnis jetzt hier, das wird die Monika Angel in einem Song verarbeiten. Das kann ich Ihnen schon mal so direkt sagen. Ja, ich würde jetzt auch gerne raus, Manfred. Ja, jetzt ist Abbruch. Jetzt ist Monika, komm. Das wird einfach zu viel. Ach, moin. Ne, also... Ne, jetzt, äh, ne. Jetzt eskaliert das hier. Die enge Siede zerdrückt in mein Herz und ich spüre, es tut weh. Es eskaliert, weil hier ne Kunde reinkommt. Das schüttelt wie so aus dem Ärmel. Manager Manfred lässt den aufstrebenden Schlagerstar keine ruhige Minute. Der erste große Hit wird geplant. So, dann müssen wir jetzt mal überlegen, wie wir das mit dem Hit machen, ne? Weißt du, du Kramgocken, Alter, dieser Farbfilter. Hat dich das in dem Laden gerade gar nicht erschrocken, Manfred? Ja, weil wenn man ein Star ist, dann ist das, dann gehört das ja, ne? Ich kann nicht mehr in die Öffentlichkeit, ohne dass das eskaliert, die Situation. Ja, das ist natürlich von der... Manfred, wenn jetzt noch der Hit kommt... Das ist aber das Business, Monika. Zweifel, ich habe Zweifel. Oh, Mann. Du weißt aber auch, Monika Angel, dass ich meinen Hundverkauf hab für deine Karriere, ne? Oh, der arme Hund? Ja, Mannfred, das weiß ich schon. Und den hab ich auch, den hab ich auch geliebt. Ja, ich weiß. Sehr geliebt hab ich den. Wir machen jetzt den Hit und das Musikvideo und dann... Und dann, dann ist das so. Wird der Druckschlagerstar Monika Angel zu groß? Oder wird Manfred sie doch noch überzeugen können, ihr Ausnahmetalent nicht zu vergeuden? Bald geht's weiter. Junge, das war cool. Davon brauchen wir auf jeden Fall mehr Folgen. Hey, damit hoffentlich kommt dann noch was. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr hat das Video so gefallen wie mir. Bis zum nächsten Mal verabschiedet mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal verabschiedet mich.